Hallo Freunde, heute stellen wir euch unsere Dyna Sun Softbox SFT Serie vor. Diese Softbox Serie schafft scharfes Profil, während gleichzeitig eine große Fläche mit sanftem Lichteffekt beleuchtet werden können. Die Softbox ist perfekt für professionelle Fashion und Portraitfotografie. Unsere Dyna Sun Softboxen haben die ideale Größe für Familienportraits, Stilleben und anderen kommerziellen Anwendungen. Wir zeigen ihnen nun die Einzelteile, die sehr gut verpackt in einer Tasche sind. Zuerst kommt der Universal Metall Ring, dann wählen wir die zwei Diffusoren und als nächstes kommt die eigentliche Softbox, die man auch Lichtbank nennt. Um das ganze zusammen zu stecken benötigen sehen wir noch vier Montagestangen. Wir nehmen die Softbox und falten sie auseinander. Wir sehen hier die Innenseite, die ja reflektiert und wir legen da den entsprechenden Montagering darauf. Mit Diffusoren und weißer Frontfläche kann dieses Set einen weichen Lichteffekt um das Objekt hervorrufen. Ohne Blende und Frontfläche wird ein Kontrasteffekt erzeugt. Unsere Dyna Sun Softboxen können eingesetzt werden mit Blitzgeräten oder Dauerlichtbeleuchtungen zur Herstellung eines leuchtenden oder gemilderten Lichteffekts. Nun nehmen wir die vier Stangen und es wird eine Stange nach der anderen mit dem Metall Ring verbunden. Sie sehen, das ist ein sehr einfacher Mechanismus und die Softbox ist nun installiert. Unsere abnehmbaren Diffusoren schaffen Ihnen die Möglichkeit, die Beleuchtung bestens zu variieren. Mit den Inner- und Außendiffusoren können Sie die Lichtverhältnisse optimieren. Wir nehmen nun eine der beiden Diffusoren und knüpfen die in die Softbox. Die abnehmbare Frontfläche und die Blende, also eine der beiden Diffusoren, ermöglichen Ihnen leichte Handhabung bei kreativer Gestaltung der Lichtverhältnisse. Die abnehmbare Frontfläche kann den Kontrast regulieren und die interne Blende kann Hotspot vermeiden. Sie sehen nun, wie die entsprechende Frontfläche eingelegt ist und unser Kit beinhaltet einen universal einsetzbaren Ring, der fast auf jede Studiebeleuchtung passt. Unser System macht Sie unabhängig von einem bestimmten Produkt und gibt Ihnen Sicherheit und Flexibilität bei der Lichtsteuerung. Der Anschlussring ist aus Metall und verträgt hohe Temperaturen. Mit der Frontfläche und der internen Blende kann ein Lichtverhältnis auf einem sanften und geraden Lichteffekt mit wenig Kontrast zwischen Beleuchtung und Schatten hervorgerufen werden. Nimmt man die Frontfläche weg und arbeitet nur mit der internen Blende, die wir hier sehen, so gibt es mehr Kontrast und starke Schattenflächen. Ich zeige Ihnen nun, wie die Softbox auf einem Blitzlichtgerät montiert wird. Das geht mit Hilfe des Metallringes. Der beinhaltet vier Rändelschrauben, mit denen kann ich die Softbox auf dem Blitzgerät installieren. Sie sehen, dass ich nun die Softbox in alle Richtungen drehen kann, so wie der Fotograf gerne seine Beleuchtung haben möchte. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020